Titel, die wirtschaftlichen Aspekte der Behandlung von Zahnfleischerkrankungen, Preisunterschiede zwischen Europa und der Thainviertler-Kai. Einleitung Zahnfleischerkrankungen sind ein weit verbreitetes Problem, das die Mundgesundheit und das allgemeine Wohlbefinden vieler Menschen beeinträchtigt. Neben den medizinischen und arstetischen Auswirkungen haben Zahnfleischerkrankungen auch erhebliche wirtschaftliche Folgen F1,25 R die Betroffenen. In diesem Video werden wir die Preisunterschiede bei der Behandlung von Zahnfleischerkrankungen in Europa und der Thainviertler-Kai untersuchen und verstehen. Die wirtschaftlichen Auswirkungen von Zahnfleischerkrankungen Zahnfleischerkrankungen kann in zu erheblichen Kosten F1,25 Renn, insbesondere wenn sie nicht rechtzeitig behandelt werden. Neben den direkten medizinischen Kosten wie Z. B. Zahnarztrechnungen und Medikamentenkosten kann in Zahnfleischerkrankungen auch zu indirekten Kosten F1,25 Renn, wie Z. B. Arbeitsausfallen aufgrund von Schmerzen und Beschwerden. Daher ist es wichtig, Zahnfleischerkrankungen F1,25 Renn zu erkennen und zu behandeln, um die wirtschaftlichen Auswirkungen zu minimieren. Preisunterschiede bei der Behandlung von Zahnfleischerkrankungen in Europa In Europa variieren die Preise F1,25 R die Behandlung von Zahnfleischerkrankungen je nach Land und Art der Behandlung erheblich. In Leihndern wie Deutschland, Frankreich und Grohei-Britannien kann in die Kosten F1,25 R eine Zahnfleischbehandlung sehr hoch sein, insbesondere wenn zusätzliche Meinnahmen wie Zahnfleischtransplantationen erforderlich sind. Dies kann dazu F1,25 Renn, dass viele Menschen aufgrund der hohen Kosten auf eine angemessene Behandlung verzichten. Preisunterschiede bei der Behandlung von Zahnfleischerkrankungen in der Thain-Viertler-Kai Die Thain-Viertler-Kai hat sich in den letzten Jahren als ein beliebtes Ziel F1,25 R medizinische Tourismus etabliert, insbesondere im Bereich der Zahnmedizin. Die Preise F1,25 R Zahnbehandlungen, einschlieeilig der Behandlung von Zahnfleischerkrankungen, sind in der Thain-Viertler-Kai im Vergleich zu vielen europäischen Ländern deutlich niedriger. Dies liegt hauptsächlich an den niedrigeren Lebenshaltungskosten und Lohnkosten in der Thain-Viertler-Kai, die es den Zahnerärzten ärmer glichen, ihre Dienstleistungen zu einem erschwinglichen Preis anzubieten. Die Vorteile der Behandlung von Zahnfleischerkrankungen in der Thain-Viertler-Kai Es gibt mehrere Vorteile, die eine Behandlung von Zahnfleischerkrankungen in der Thain-Viertler-Kai attraktiv machen. Neben den niedrigeren Kosten bietet die Thain-Viertler-Kai auch qualitativ hochwertige zahnarztliche Versorgung, modernste Technologie und gut ausgebildete Fachkräfte. Da R1,25 BER hinaus ist die Thain-Viertler-Kai ein beliebtes Reiseziel mit einer reichen Kultur und Geschichte, was es FA-1-Viertler-Patienten zu einem angenehmen und interessanten Aufenthalt macht. Fazit Die Behandlung von Zahnfleischerkrankungen ist nicht nur wichtig FA-1-Viertler-die-Mundgesundheit, sondern hat auch erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen. Es ist daher ratsam, Zahnfleischerkrankungen fra-1-viertler-seitig zu erkennen und zu behandeln, um Kosten zu sparen und negative Folgen zu vermeiden. Die Preisunterschiede bei der Behandlung von Zahnfleischerkrankungen zwischen Europa und der Thain-Viertler-Kai bieten Patienten die Magglichkeit, qualitativ hochwertige zahnarztliche Versorgung zu einem erschwinglichen Preis zu erhalten.